ach hallo herr luma films kommen sie doch rein sie haben sich beworben für einen platz bei der omniproductions er weiß die box ach so kommen sie kommen sie doch mit lassen sie mal da arbeiten meine gute assistenten das wäre ich nur ohne sie hallo das macht einen guten eindruck okay die waffe keine angst die waffe ist nur da wenn sie sich nicht kooperativ zeigen okay ja also sie wollen sich hier bei kanal 7mox bewerben genau was wollen sie denn machen also ich habe mir so gedacht dass ich hier so um 18 uhr starboard veröffentlichen könnte an display und auch eher so ein richtig in die richtung der horrorspiele möchte ich auch gehen und eventuell mal mögliche vlogs aufnehmen ja ja interessant okay das klingt gut wenn ich das nochmal erläutern darf mit der waffe macht mir das ein bisschen angst ich muss sagen mario ich darf sie doch mario nennen ja ja ist okay ich glaube sie sind eingestellt ja cool danke vielen dank ich würde sagen darauf trinken wir einen ich wollte eigentlich gleichzeit dass wir darauf so ein bisschen anstoßen und los jeder trinkt so ein bisschen was ja ja moment ich ich bloße mit an ja gleichzeit aber prost jetzt wo sie mitarbeiter bei kanal 7mox sind wird es zeit dass sie in meine geheimnisse ein meine geheimnisse einweihe so verdienen wir nämlich unser geld das sieht sehr interessant aus ich nehme mal was mit ja und hier wenn es ums geld geht ne so viel verdienen wir also auf dem kanal okay okay ich denke mal ich habe mich mir eine gute firma rausgesucht ich bedanke mich für das für diese stelle hier auf diesem kanal da würde ich einfach mal wenn das für sie in ordnung ist vorschlagen wir sehen uns heute um 18 uhr bei starboard auf also die erste folge auf kanal 7mox früher genau aber jetzt ist wirklich ein wechsel vorgesehen also vielleicht habt ihr bock auf starboard und wenn ihr die folgen folgen ja nicht gesehen habt wie auch immer das zustande geht wir haben das verlinkt also also quasi ist dann jetzt eine playlist von den alten folgen von mario auf dem kanal etwas weiter und noch diesen youtube channel zu finden wir haben uns auch die stelle die europäische zählen würde sich das auch angucken und nicht nur weil ich sie bezahlen nämlich freiwillig nicht wahr nicht wahr zählen sie ist dabei sie schon dabei denn sie sieht man okay gut haut rein leute ciao ciao Bis zum nächsten Mal.